Fantastisch! Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, was ihr dazu meint. Das werde ich dann gleich am Ende machen. Und dann wollen wir nochmal kurz auf den Community-Clan zu sprechen kommen. Da gab es ja, oder den Vorschlag gab es ja und ich habe ja auch gesagt, ich kann das machen. Ich kann allerdings selbst nicht teilnehmen, weil ich momentan keine Zeit habe für so eine Pokaljagd. Da hatten dann die meisten auch geschrieben, ja mach das ruhig, mach das ruhig so. Und einige hatten aber auch, oder einer zumindest hat geschrieben, boah bist du scheiße, das kannst du ja nicht machen. Dann macht das ja keinen Spaß, wenn du nicht teilnimmst. Jetzt würde ich nochmal gerne eure Meinung dazu hören. Seht ihr das auch so, weil dann können wir es auch lassen. Aber ich habe definitiv keine Zeit mitzujagen. Das heißt, es gibt die Alternative. Eins, wir machen einen Pokal-Clan für, wie ich es schon gesagt hatte, Rathaus 8 und runter, um in die Meisterliga zu kommen. Und ich nehme aber nicht an der Jagd teil. Oder Möglichkeit 2 wäre, es gibt keinen Clan. Die beiden Alternativen haben wir. Es gibt keine Alternative momentan, in der ich im Clan bin und auch teilnehme. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entweder für die Möglichkeit 1 entscheiden, Clan und ich nehme nicht teil, oder kein Clan. Ihr könnt das ja mal reinschreiben, wenn ihr in die Kommentare, dann können wir das mal ein bisschen abschätzen. Schreibt immer entweder 1 rein oder 2. Wie gesagt, 1 ist Clan, ich nehme nicht teil, 2 ist kein Clan. Wenn ihr da eure Meinung zu in die Kommentare schreibt, dann können wir da ja was wissen. Und alle Leute, die dann, oder wenn dann genug Leute 1 schreiben, dann machen wir das auch. Weil es ist im Endeffekt egal, selbst wenn dann 20 Leute hinschreiben, sie wollen keinen Clan, denen kann das ja egal sein, wenn es dann trotzdem einen gibt. Und die müssen halt einfach dann ja nicht teilnehmen. Wenn sie keine Lust darauf haben, dass da einer drin ist, der nicht teilnimmt, in dem Fall ich, dann müssen die ja einfach nicht in den Clan reinkommen. Damit hätte sich das Thema für die erledigt. Aber wir wollen halt nochmal abchecken, ob wirklich genug Interesse besteht für einen Clan, bei dem wir das dann so machen würden. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung von meinem Angriff, 100%, 271.000 Gold, 311.000 Elixier. Gehen wir mal nach Hause. Ich habe einen Boost übrigens reingemacht, weil ich gerade auf den Elektriker war. Die nächsten 2 Stunden habe ich mir eine Tasse Kaffee hingeholt und werde jetzt mal gemütlich ein bisschen rumfarmen. Ich habe leider noch keine Zauber fertig und nicht mehr genug Gems, um die zu machen. Ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem irgendwas finde, was ich damit anstellen kann. Werden wir gleich mal schauen. Und wie gesagt, schreibt mal 1 oder 2 eben nachdem in die Kommentare, je nachdem wie eure Meinung dazu ist. Wenn wir genug Leute haben, die 1 schreiben, die also ein Clan wollen, dann machen wir es auch, wenn ein paar Leute dann 2 schreiben. Aber wie gesagt, die muss es ja dann halt nicht betreffen. Es ist auch bitte dann nicht wieder unfair, weil dann Rathaus 8 und drunter. Aber wir wollen halt wirklich mal was machen für Leute mit Rathaus 8. Damit die halt auch mal eine Chance haben. Meine Helden sind auch noch nicht fertig. Gut, das ist jetzt nicht ganz vorteilhaft, aber können wir jetzt gerade nicht ändern. Ja, also wie gesagt, es ist halt nicht unfair, also meiner Meinung nach nicht unfair, weil es halt einfach mal so die Regel ist. Es gibt auch genug Sachen für Leute mit höheren Clans oder mit höheren Rathäusern. Wir wollen jetzt aber halt mal was machen für Leute mit einem tieferen Rathaus. So, das schon mal dazu. Ich hoffe, ihr könnt euch, oder wir finden da eine Möglichkeit, werdet ihr wie Bock zu haben. Und dann wird das wohl funktionieren, denke ich. Weil die Leute, die dann Bock drauf haben, die könnten das dann auch machen. Ich werde allerdings, was ich noch sagen wollte, die Regeln dann auch ein bisschen verschärfen. Also wie gesagt, ich mache den Clan dann auf. Ich mache ein bestimmtes Limit, was weiß ich. 1.000, was weiß ich. 400, 1.500, 1.600 Pokale. Irgendwas, was ich in dem Moment halt auch selber habe. Und mache den Clan dann auf. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, da werde ich euch dann alles noch zu sagen. Und werde dann, wenn der Clan offen ist, auch einfach gnadenlos die Leute kicken, die dann mit dem Rathaus 9 oder Rathaus 10 reingekommen sind. Das heißt, wenn einer mit dem Rathaus 9 sich bewirbt, zufällig Glück hat und reinkommt, werde ich den kicken. Auch das bitte dann nicht persönlich nehmen, aber es ist einfach die Regel des Spiels in dem Falle. Und weiterhin werde ich auch dann täglich irgendwie eine Grenze festlegen. Wenn ich gucke, ich sage vielleicht, was weiß ich, am ersten Tag habt ihr, oder für die ersten zwei Tage lang, sagen wir mal, 150, 200 Pokale. Wer die nicht erfahnt hat, oder ich sage, die Grenze, was weiß ich. Wenn ich jetzt sage, die Grenze ist zum Start 1.400, dann ist nach zwei Tagen, werde ich sie auf 1.600 legen. Und alle, die unter 1.600 sind, werde ich auch kicken oder so. Damit da wirklich Vorrang geht. Weil beim letzten Clan, da war ja mehr oder weniger nur Rungeschlunze. Und es hat nie wirklich funktioniert. Sodass das dann auf jeden Fall irgendwie eine Ordnung auch drin ist, damit das gescheit läuft und damit auch ein bisschen Spaß dabei ist. Und die anderen Leute nicht nur auf die unteren warten, die irgendwie da nur zum Jux drin sind. Oder nur, keine Ahnung, um anzugeben in der Schule damit. Weil das haben wir beim letzten Ding ist auch ganz deutlich welche gesagt. Ja, ich bin ja immer hier drin, damit ich in der Schule damit angeben kann. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn der Sache. Damit nehmt ihr einfach nur den anderen Leuten den Platz weg, die vielleicht wirklich ernsthaft an der Challenge oder am Wettbewerb teilnehmen wollen. Um halt das wirklich auch vielleicht zu erreichen. Von daher werde ich das dann wirklich auch so machen. Alle, die offensichtlich nicht die Pokale farmen, halt außer mir, die werde ich kicken. Das ist jetzt auch halt wieder nicht unfair. Warum darfst du machen und warum darfst du nicht farmen und alle anderen müssen? Weil das dann halt der Sinn der Sache wäre. Weil es werden nämlich wieder einige schreiben, ja, wenn du nicht farmst, dann will ich aber auch nicht farmen. Aber das ist ja jetzt der Sinn in dem Clan, dass alle anderen außer mir dann halt farmen sollen und ich quasi den Clan dann nur organisiere. Ich hoffe, ihr versteht das oder könnt mich da nach... Könnt mich da verstehen bzw. könnt es nachvollziehen, was ich damit meine. Deswegen ja auch die Möglichkeit zu schreiben, ne, ich will das so nicht. Und wenn das dann nicht passt, der muss ja dann nämlich in den Clan reinkommen. Ich wollte auch noch irgendwas dazu sagen. Also ich werde, wie gesagt, das dann so machen. Apparat aus 8 und drunter. Oh, guck mal hier. Toll, jetzt habe ich natürlich jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein bisschen halbgaren Truppen losgehe... Ach, willst du mich verarschen? Ich hätte es mir ja fast denken können, ne? Leute, was würdet ihr jetzt machen an meiner Stelle? Ich meine, an den Loot werde ich nicht kommen. Soll ich mir jetzt aus Frust... Soll ich mir jetzt aus Frust noch das Rathaus holen oder nicht? Der Penner. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das mit den vier Dingern schaffen würde. Aber ich denke schon, ne? Was meint ihr? Soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Die Königin steht auch noch daneben. Schreibt mal Ja oder Nein. Komm, wir probieren es, ist mir jetzt egal. Ja, auch noch Fallen dahingesetzt, der Lumpi, ey. Aber das schaffen wir. Sogar relativ easy schaffen wir das. Aber ganz ehrlich, was bringt ihm das denn? Was hat er davon, dass er jetzt trotzdem zerstört wird und hat seine Teslas da stehen? Da habe ich zwar ein paar Truppen verballert, aber das hat er doch nichts von. Ich ärgere mich zwar ein bisschen, aber mein Gott, auch da hat er nichts von im Endeffekt. Aber gut, das Thema hatte Fred ja auch schon des Öfteren. Gut, machst du nichts. Äh, ja. Ich habe auch gestern mal unter Freds Folge so ein paar Kommentare gelesen, wo er geschrieben hat, wohin geht die Reise? Da hatten ja auch viele gesagt, macht einfach mehr normale Let's Plays, nicht so viele Challenges oder sowas. Das ist dann auf Dauer auch langweilig. Deswegen ist das genau das, was ich jetzt mache. Ihr seht einfach genau, was ich jetzt zocken würde momentan. Ich, äh, habe da ein bisschen Gegnersuche mit drin. Ich habe jetzt hier die Wartezeit leider mit drin. Ich könnte euch, ach nee, ich habe keine Angriffe mehr. Ich könnte mal gucken, ob ich noch eine Verteidigung, äh, Krieg haben wir übrigens diesmal wieder knapp verloren. Da haben wir noch einen Angriff, den ich euch zeigen kann von mir. Äh, Karte ansehen. Zack. Mein Team, wo bin ich denn? Ich habe einmal drei Sterne geholt und einmal einen bei einem etwas höheren Spieler. Der eine Stern war aber nicht so interessant, deswegen gucken wir uns mal den Dreierangriff an. Der war bei Mohammed. Da müssen wir mal eben schauen, bei 18. Und lassen uns den mal noch durchlaufen. Da seht ihr die Base, wie sie aussah. Ich hatte Go-Vibe-Truppen dabei. Und habe mir vorher noch ein, zwei Tipps geholt. Wie gesagt, die Go-Lang sind ein bisschen weiter auseinander. Helden dann da hinterher geschossen. Dann auch im Ausland wirklich mal ein bisschen gewartet mit dem Mauerbrechen. Einfach mal hier grobflächig wollte ich ein paar Mauern wegdreschen. Und habe dann eben, wie gesagt, mich darum gekümmert. Jetzt habe ich schon wieder mein Handy verlegt und wollte euch gleich eigentlich noch die Sachen zeigen. Oh, die Katze liegt da drauf. Ah ja, so. Ähm, die Sachen, die ich bei Instagram geschickt bekommen habe. Das werden wir jetzt hier nachmachen. Ähm. Ja, also wie gesagt, hier mit Packers. Erstmal schön hier in die Mitte gelatscht. Ich hatte gehofft, dass ich noch drei Sterne kriege, weil es waren schon zwei da. Aber das waren bei allen schon zwei da. Und das war der erste, wo ich halt noch die Chance gesehen habe, auf drei Sterne zu erhöhen. Hat leider nichts mehr genutzt. Aber ich habe es halt trotzdem probiert. Es hat auch ganz gut funktioniert, auf jeden Fall. Diesmal kann wenigstens keiner sagen, dass es nur Scheißangriffe in der Folge waren. Es waren mindestens zwei, drei Sterne Angriffe drin. Und, äh, dann läuft das wenigstens ein bisschen besser. Ich hatte auch diesmal Glück, dass die Packers schön in die Mitte gezogen haben und sich dann hier nach außen noch durch und sich dann auch aufgeteilt haben. Weil hier ist einer, hier ist einer und hier sind zwei. Das heißt, die haben sich wirklich mal aufgeteilt und sind nicht wie die Begeisterkrankten zu viert außenrum in einer Linie gelaufen. Das ist ja immer das, was man, wo das Problem, was uns schon mal auftaucht. Hatte ich echt sahne, dass das so funktioniert hat. Und, ähm, hat auch gut funktioniert, oder hat auch gut geklappt. So, ich öffne mir jetzt schon mal am Handy die Sachen. Oh, jetzt ist hier gerade... Ach, hat mich irgendwer mit unterdrückter Nummer angerufen. Da gehe ich natürlich nicht ans Telefon. So. Äh, nochmal das Ganze. Ich wollte euch noch die Sachen zu dem Update vorlesen, die ich geschickt bekommen habe. Dafür gehe ich jetzt einfach mal nach Hause. Und blende euch das jetzt mal ein als Screenshot. Ein, zwei Sekunden. Und dann starten wir mal. Also, das Update hat angeblich in den Clan-War-Sachen ein bisschen verändert. Und zwar, wenn man drei Sterne bekommt, verdoppeln sich die Clan-XP für den Angriff. Ähm. Hero-Jail-Free-Upgrading Heroes for 20 Gems each. Also, man kann die, äh, Helden für 20 Gems upgraden. Äh. Only Partial Loot is earned from destroying Townland. Das heißt, wenn man im Clan kriegt, der das Rathaus-Sniper hat, bekommt man nicht mehr die komplette Belohnung, sondern nur noch ein bisschen was. Und man kann Gegner, das finde ich die coolste Sache, man kann gegnerische Clans herausfordern. Clan versus Clan. So verstehe ich das. Das heißt, seinen Namen zu verändern. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das nicht so richtig ist, weil dir fehlen Satzzeichen. Introducing the Bunker Trap, da hätte irgendwie einen Punkt hingemusstet oder sowas. Surprise your foes by placing your own troops in the bunker. Das heißt, du kannst wahrscheinlich irgendwo im Bunker eine Bunkerfalle quasi auf deiner Map platzieren und da eigene Truppen reintun. Auch eine ganz coole Nummer. Wenn es halt stimmen würde. Ich weiß es nicht. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Ist das ein Fake oder kann da was von sein? Oder was davon würdet ihr gerne wirklich haben, wenn es es geben würde? Und, naja. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das alles so stimmt. Ich hab echt keinen Plan. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber ich wollte es halt einfach mal einbauen. Und dann gibt es halt noch andere Sachen. Pekka Level 4 bei Rathaus 9. Ja, neues System, um Farming and Clan War Exploits zu verhindern. Also wahrscheinlich die Nummer mit dem Rathäuser-Snipern, dass man da nicht mehr den vollen Loot bekommt. Beim Clan War, ne. Andererseits kriegt das ja ähnlich. New Quests, way to earn XP, lower Clan XP required to unlock Perks and brand new Perks. Das heißt, die Clan XP werden ein bisschen runtergeschraubt, die man braucht, um halt die Belohnungen freizuschalten. Und es gibt neue Belohnungen. Seeking Air Mines do 1.5 damage to Lava. Und also die Air Minen oder Luftminen werden dann 1,5-fachen Schaden an Nava-Hunden vollführen. Ich weiß nicht, was das für die Strategien für die Ultimate, die mit Lava-Hunden angreifen, heißen wird. Und Reworked Hero AI. Das heißt, wahrscheinlich wird da das Spielverhalten der Helden nochmal ein bisschen überarbeitet, dass die vielleicht ein bisschen besser sind oder ein bisschen cleverer. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, schreibt mir dazu auch mal eure Meinung. Also ihr müsst jetzt ein paar Sachen in die Kommentare schreiben. Als erstes 1 oder 2 wegen dem Clan, den wir machen sollen. Und dann, was ihr eben hiervon haltet, wenn irgendwas hiervon wahr werden sollte, dass die Namensänderung kommt. Das wissen wir ja. Und alles andere ist halt ein Gerücht. Deswegen müssen wir da mal schauen, was da sich dann zeigen wird. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Denke ich, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei Boom Beach oder Minecraft reinschauen. Äh, bei Boom Beach natürlich. Bei Boom Beach am Sonntag oder bei Plunder Pirates immer 16 Uhr reinschauen. Oder eben auch bei Minecraft, das ja momentan läuft. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.